Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann suchen Sie ihn eben! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Oportunist. Ein rücksichtsloser Karriereist. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht. Dann entlösen wir die Westfront. Es ist mein Wille! Gott! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Was ist empörend? Ich will zur Fahnsinn berichten! Fahd! Fahd! Gegen die Rosen verteidigen! Gott! Falltreffer! Ja, vielleicht schon dort! Purer Wahnsinn! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Um Sex zu autorisieren, überhaupt nicht. Ich werde krank! Sagen Sie es ihm dann nicht. Fägelein! 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 Soll der halt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Ich halte gut daran getauscht! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Wie bitte? Sie werden das Zauber in Ihrem eigenen Blut! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Dock! Dock! taxpayers!